Wie stark kannst du dich fokussieren, egal in welchen Bereichen das eben ist? Du musst derjenige sein, der deinem Geiste sagt, bleib dort, konzentrier dich da, jetzt machen wir das. Du musst derjenige sein, der dieses in die Hand nimmt und nicht umgekehrt. Umgekehrt bedeutet, dein Kopf sagt dir, ich hab Hunger. Und was macht dein Körper? Zum Kühlschrank gehen. Dein Geist sagt dir, die sieht attraktiv aus. Und was macht dein Körper? Ja, wird schwach. Lange Rede, kurzer Sinn. Du kannst in diesem Leben entscheiden, entweder bist du Meister oder du bist Sklave. Das gibt nichts zwischendrin. Meister über deine Gedanken, Meister über dich selbst oder Sklave deiner Gedanken. Fertig.